alles so einfach und schütteln nur noch nie so schwer erschienen meine 814 die an ihr auch schon Hallo? Hallo? Schon start? Mhm. Vier stunde. Was ist denn mit dem Streaming, Go? Keine Ahnung, ich hab nix geändert. Geh auf Go Live, mach das Vollbild. Du siehst nur die Hälfte vom Bild. Nur die Hälfte? Ja, das ist total verrutscht. Wollen wir mal schnell TeamViewer machen, oder? Ja, kann man machen. Boah, das ist ja die Zeit nicht genommen, weil ich könnte gerade echt ausrüsten. Wer wäre erster gewesen? Weiß ich nicht, man sieht die Qualifikation. Ja, auf jeden Fall sind wir uns natürlich weit vorne. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die alle 7 Minuten 50 gefahren sind. Ich bin mir 100% sicher, wir wären erster gewesen. Also 8 Minuten 5. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist das jetzt bei Practice? Ja, Warm-Up halbe Stunde. Ich gucke hier auch gerade bei JRT, da ist einer dabei, der hat ein I-Rating von 2800. Ansonsten echt so alles um die 1800. Ui. Passwort, Ingo? 75? Ja. E? Ja. 3? Ja. Jash. Wir sind im vorletzten Split. Toll. Ja. Das tut mir nicht. Und wie es ist, da ist ein bisschen eine große Handfläche. Ich kann da nicht in dem Fall wegkommen. Ich bin da nicht öffnen. Ich hoffe, er möchte nicht mehr sagen, dass er gar nicht einen Namen ist. Ich bin da nicht in dem Fall wegkommen. Ich bin da nicht in dem Fall wegkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Ja, so ist gut. Ja, 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 gut. Okay, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ich krieg beim Zugucken schon ein trockener Mund. Okay, also an dem Mercedes will ich eigentlich schnellstmöglich vorbei. Vor dem hab ich Angst. Ja, ich glaube, unser aller Nerven werden halt Wäsche. Aber ich weiß nicht wo und ich weiß nicht wie und vor allem nicht wann. Ich weiß ja noch wieviel da ich bin. Letzter. Ich sag, keine Ahnung, Position 30, Relative stehst du immer noch auf 34. Ja gut, drei Plätze vor dir ist einer der war 46. Ja, einer der vor mir ist auf 15. Ich hab keine Ahnung, ich muss ja erstmal irgendwie in meinen Rhythmus kommen. Ich geh mal nach vorne. Ja. Und dann schläg ich mal hier durch. Also ich glaube, wir haben nicht wirklich Schaden, also Topspeed ist okay. Ja, ich guck beim Engo zu, im Makro ist mir die Grafik so schlecht. 25lig. AJK. Ohhhhh. Oooooooohhh. 2L. 4L. 5L. 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 7L. 5L. 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 7L. sieht er schon echt scheiße aus so sieht das von vorne aus ja leid noch da hinten auch nicht mehr neu ja das war ja der bmw glaube ich davor wir stehen geblieben sind quasi aber die motorhaube ist nicht hoch also bei mir er ist nur ganz kleiner schlitz the truck temperature is increasing it's now 34 celsius und 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 Es ist eigentlich keine Schikane hier vorne, hier muss man nicht bremsen. Der Mercedes ist lebensgefährlich da vorne. Der Grüne da? Nein, der Gelbe. Grün-Gelb. Vorne links irgendwo steht einer. Nein. Also Spoiler hinten ist noch gerade, er dürfte uns eigentlich nicht vom Speed fehlen. Nein, dem vor uns fehlt er bestimmt mehr. Wählende Linie, mega erwäsche, danke. Die Karriere sieht auch verboten aus. Da vorne ist ein hoffentlich Schaden. Auf Wege, der greift mich jetzt zurück. Er hat auch ein kleines bisschen Haarschaden, aber 264 fahre ich. 263, ein bisschen was fehlt. Neben dir fällt mehr. Ja. Bleib bloß hinter mir, bleib bloß hinter mir. Ich weiß nicht, wenn er dich hier lecker macht, bitte. 12 Plätze. 12 Plätze. War das mit den Kollegen vor mir? Muss ich da auf irgendeinen besonders aufpassen? Alle. doch ein bisschen aerodynamik fehlt auch also richtig hoch kommen wir da nicht naja weil ich hier wenigstens das ist ja gefunden haben wir das auto bekommen das problem ist da konnte ich ja so bedingt wird und ich ja gar nicht hier auf bett und konzernis ich habe es noch nicht gesehen er wollte ich gar nicht vorbeilassen lassen wir reparieren 24 st von den zeiten her müssen wir trotz der reparatur und noch auf mindestens platz 10 vorfahren wir hätten aber auch von 1 starten ist klar dass der direkt vor mir bleibt okay lass mich lass mich bleibt bleibt zu holen aber das ist jetzt wirklich nicht mein problem also war aber kontakt aber einig das war jetzt nicht so eine klasse entscheidung oder einfach mal zurückziehen wo hinten rechts sieht hinten rechts sieht der richtig brutal kaputt aus unserer mein da drinnen geht noch 23 stunden und 48 minuten einfach mal zurückziehen 24 stunden wenn wir in der ersten runde oder in der zweiten runde in der ersten runde und links dürfen wir übrigens haben aber ich denke davon werde ich definitiv die meisten sammeln ach ich bin klar zu und dreißig ich fahre langsam weg ich bleibe überall drin ich mache nur hetze auf stummen viel spaß noch ich fahre eine langsame scheiße zusammen weil ich einfach kein vertrauen in die karte habe ich weiß nicht ob er mich vielleicht dann doch gleich irgendwo weg dreht wenn ich hier vielleicht mal eine kurve zu schnell angehen all right marco the next car is der vorheder hat aber auch schon frontschaden habe ich gar nicht gesehen was machte verhandelt ich bin ja war ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja Weiche Schlaf auf jeden Fall gehabt. Okay, das wird jetzt witzig vor mir. Der Mercedes wird nicht vorbeikommen, weil der Ferrari sieht unbeschadet aus. Ja, das ist gut. Ich kann noch einschauen, die halten uns alle auf. Ich kann noch einschauen, die ich nicht mehr auf. Trotz der Schaden zwischen den ersten Fahrer. Aber so viel schneller, ne? Eigentlich. Das ist keine Schikane. Jetzt bete ich zu Gott, dass er mich nicht angreift. Ich guck mal bei ihm. Ja, das ist etwas schneller, aber der hängt ihm jetzt auch ein Audi hinten dran. Ich glaub, der wird uns auch noch angreifen. Das ist über die Hände. Ja gut, also 2,80 drauf. Ja. Kennen wir so cool Brand schon. Weiß ich auch nicht, was da für einer ist. Ich hoffe, der ist schnell. Denk ich's mal. Ich guck mal, was der so gleich für eine Zeit geschoren hat. 8,8,3. Ne, nicht. Ja, der Kalimbin ist schon in der 8,4. Der hat auch nicht wirklich Verkehr. Der hat auch nicht hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 schnallt schon 8 und 9 die hat nicht viel geduld ich versuche da gleich noch irgendwie mit durchzugehen aber der ferrari fährt auch ganz ganz komische Linien hätte ich auch ich glaube wenn ich den Start gefahren hätten wir schon Feierabend ich wäre halt so gerne ohne Schaden durchgekommen was muss ich machen das war ja nicht deine Schuld, dass einer hinten drauf eselt ja vorne habe ich auch einen reingten das kann passieren rot-glühne Lichter heißt normalerweise Vorsicht, da muss ich mal bremsen ja normalerweise schon ja, zweiten Gang runtergegangen ja 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 so ja schön ja 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 jetzt habe ich auch locker 8 Runden ja so viel Sprit kann man gar nicht sparen Ich glaube, ich stehe mal. Ja, ich weiß, dass der Ferrari schneller ist im Karussell, ist glaube ich jeder schneller als ich im Karussell. Die trottschen sich vorbei. Ja, vor allem jetzt müsste ich auf jeden Fall schneller sein. Ja, das Auto ist nicht mehr Werk. Ja, das Auto ist nicht mehr. Ja, das Auto ist nicht mehr. Ja, das Auto ist nicht mehr. Mir wird der erste aber nur 50 Sekunden vor mir angezeigt. Ja, ja, dadurch ist das der ursprünglich erste Jahr, glaube ich, rauslich. Die Gap behind is now decreased to 1.6 seconds, as your quickest lap in this session. Sectors 1 and 3 are good. The track temperature is decreasing, it's now 32 Celsius. The track temperature is 14.7 in the last round. The track temperature is on the same level. I think you will be able to reach the next level. The track temperature is over enough time. The track temperature, at the same level as well. The track temperature is slightly higher. The track temperature is still boiling. The track temperature is still boiling down. Kontakt. Einfach Kontakt. Vorne links. Ja, dann machst du nichts, ne? Fühlt sich aber alles eigentlich noch ganz gut an, also Aufhängung steht gerade. Na gut. Die links ist natürlich jetzt erstmal 8 Sekunden weg. Ich will hier raus. Jetzt hab ich wenigstens mal Freifahrt, jetzt dürfte ja erstmal nicht so viel passieren. Ich hoffe auch die Repairs sind zumindest so unter 3 Minuten oder so. Das wäre sehr schön. Jetzt noch mehr Freifahrt. Oh mein Gott. 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 So ein bisschen schmierig auf dem Heck. Oh mein Gott. 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 Oh Die Gaby High sind in der Gap. Die Gap sind jetzt 8.20.7. Die Gap. Die Gaby High sind in der Gap. Eingeschlagen. Oh, da hat er aufgenommen. Aber ordentlich. Oh nein, Alter. Ich habe auf einmal nur noch unser Auto da rechts gesehen. Mann, so ein Schwacken. Er merkt dort, dass hinten alles krumm ist, weißt du? Ja. Dadurch ist das Ferrari vorbei gekommen, ne? Ja. Jetzt muss ich gucken, dass ich ein kleine Karussell erwische und dann bin ich wieder vorbei. Ja, ganz gut ausgesehen. Ich merke es doch. Das Auto ist krumm, fährt nicht mehr geradeaus, dann muss ich ziehen lassen. Ja, vor allem dieses Rumgeeiere, wenn der wenigstens irgendwo aufs Gras gefahren wäre oder so. Ja. Kann ich jetzt überhaupt nicht riechen? Nee. Okay, an dem komme ich nicht vorbei. Nee. Ich fahre aber nur 7 rum. Ich fahre aber nur 7 rum. Naja. Weil ich komme jetzt mit 61 Litern gerade hier an und das ist mir ein bisschen zu uns. Aber nicht die Entscheidung, nein. Ja. Wunderschöne. Ne, ich mache ihn an. Einmal. Ich schätze nicht mehr. Ne, ich mache es noch an. Ne, das ist noch nicht mehr. 1,2 Celsius. Come on, track limits. You've got half your fuel left. Car left. Still there. Hold your line. Clear left. Well done. I'm sorry, there's no netcode, otherwise I would have taken it away. Hmm, that's not fair. Well, I think that's not far as far as I went to the right side. No. I'm still there. I don't understand if that was a delay or a defense. I don't know. But why have you taken it back? The track temperature is decreasing. It's now 28 Celsius. That's a Spanier. I can't stand it. It's now 28, very comfortable degrees on the road. It's almost 27, yeah. Okay. The gap behind is increased to 1,5 seconds. Okay. I'm here. I'm feeling five Kurven later. I'm already left. Why did I do that? No. Although you had a little bit of luck, right? It's only a few seconds. Yeah. Okay. If I say that so gross, I say 8,13, or 8,14, I can actually drive here. If everything works well. No. I can stop. I'm feeling five. Yeah. What's going on now? Then he's properly. Because he doesn't do it anymore. He's going to get anywhere. What's going on now? Die sieht auch hinten ein bisschen krumm aus. Mal zurück. Mal sehen. Nö, zeige ich mich jetzt an. Wir müssen auch nur noch 2400 Liter nachtragen. Wo? Naja, geht ja. Den Affen da vorne, den treffe ich auch gleich wieder an der ungünstigsten Stelle. Den treffe ich kurz hinter dem Karussell. Ja. Da kommen wir auch schon die ersten Zuhörerrunden. Aber der hat auch Schaden. Der zieht nicht weg. Hinten sind wir eigentlich... Ja, vorne ganz klein Diffchen, aber nicht wirklich viel, dass ich jetzt sagen würde... Boah, ne, aber... Vielleicht einfach nur nicht so firm. Ich hab' jetzt, glaub ich, 4 bis 5 Sekunden jetzt schon eingeholt, ne? Aufgeholt. Ja. Bin noch gerade knapp über 2 Sekunden im Minus. Obwohl ich den noch anfangen, der unüberholt hat. Schon mal heiß. Ich hab' den schnellsten ab, der bis jetzt gefahren hat, war mal 80.0. 98.221. Ja. 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 Kann sein, dass er jetzt gerade so ein bisschen Gas gibt. Ja? Ja. Also Ahem. Gerade so kein Windschall. The track temperature is rising. It's now 30 Celsius. Ahem, the track temperature is rising. Ahem, the track temperature is rising. Yeah, the track temperature is rising. Ah, P1, the old man is rising. The gap to Martin, the head is increasing. It's now on board 8. Christopher Heimann is the whole time. I don't know why he is more than... It's now on board 9. I don't know why... Ahem, the track temperature is rising. Oh, the track temperature is rising. How many people are rising? Yeah, I'm sure. einiges in der box gewesen der trane ich denke mal zu reparaturen ich habe jetzt noch 45 ich glaube ich spare da noch einfach die letzte ein bisschen vater macht ich guck mal so was macht mir immer angst was macht er da vorne warum fährt er nach rechts ich will den nach vorne schleifen ich habe immer freundliche lichthupe gegeben am riemann durch schüler durch ich will ja da probleme Sieht gut für den anderen Seite. See ya. 32 Celsius. oder? hmmm on your right clear right nice one mate hab ich ja auf Thanks stehen also ich auf ALL stehen ich guck mal eben nein was hat denn nochmal Thanks 6 ne? mach ich gleich ansonsten sag ich ja kann ich ja auf PM ja mach mal ich bin sehr freundlich Martin behind is increasing it's now zero point four zero jetzt kommt es schon wieder runter ich mach mal an heieieieieie ja der nimmt aber alles mit was äh der Körper ist er hinter mich oder was? ne vor dir ach so der rundete ja 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 Car right. He's still there. Clear right. Ja. Das hat der andere unten vorliegt. Okay. Das wollte ich jetzt ganz schnell machen, damit ich nicht mit dem anderen wieder auf der Dettinger Höhe kämpfen muss. Oh, das habe ich aber jetzt schon gesehen, dein Beinchen hoch da. Vielleicht nehmen wir gerade zu viele Curbs gerade. Hoppala. Mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Die Meter eingebaut, glaube ich. Sehr schön. 1,7. Der ist weit genug weg. Vor allem ist der überrundete wieder vorne. Naja, ich meine, ich hatte der überrundete jetzt noch irgendwie zu mir kommt. Das fühlt sich gerade so ein bisschen an wie Mazda hier. 31,2 habe ich jetzt. Ich glaube, da ist der Schlag in der Session. Ich glaube, da ist der Schlag in der Session. Wir sind in der Schlag, in der Schlag, in der Schlag, in der Schlag. Das ist auf jeden Fall genau so. Der Schlag in der Schlag in der Schlag in der Schlag, ist jetzt 1,7 Sekunden. Wo sind wir gestartet? 34, ne? Ja. Ich habe das noch nicht begriffen. Ich habe das noch nicht begriffen. Cardenbin ist in den Wolken unterwegs. Ich meine, der ist der nämlich da, der dahinter ausgefangen ist. Der sah so ähnlich aus. Eben, Dezolt. Und da haben wir ja jetzt Schallwechselung noch mal eingegeben. Ja, hat der Cardenbin alles gegeben, eingeplankt. Und jetzt dürfen die anderen weitermachen. Ja. Jo, hast recht. Mach die schon mal fertig, ich entscheide da spontan, ob ich reinkomme. Ja, ich geh nochmal fischen. Ja. Und zwar, ich geh mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Der zweite geht auch rein, sieht bei mir bei JRT schon geil aus. Der erste hat einen Platz gewonnen, der zweite 2, dann 3, dann 1, dann minus 2 und dann komme ich, plus 21. Da fährst du noch eine Runde? Ich habe jetzt 17,5. Ich würde sagen, ja, oder? Ja, wenn wir 15 pro Runde waren. Ja, 17,3, 17,1, 17,0. Kommt halt immer so ein bisschen auf an, wo unsere Box ist, wenn die weit hinten ist, verbrauchen wir natürlich ein bisschen Sprit bis dahin. Aber ich habe jetzt 16,7, also ich würde sagen, passt, oder? Ja, da ist noch. So, 16,5, der Linie. So, jetzt dreht JRT gerade völlig durch. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wievielter ich bin. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin tatsächlich Dritter. Möglicher Ritt. Also, ich habe auf jeden Fall noch zwei vor mir in einer Runde. Einer 5 Sekunden, einer 37 und davor überrundete 41 Sekunden, Minute 20, 2 Minuten 40. Ich behaupte, soweit dürften, also noch weiter dürften, die Führer nicht wechseln. You're gaining on this guy. The gap's now at 5.0. Das schreibe ich gleich erstmal in die Gruppe. 34, ne, warte noch 34 auf, äh, auf 3. Ja, gut, ne, dauert ja gleich eh, der Karten. Ja, das schau ich. Ja, ja. Wenn du wichtig hast, wir keine Runde verlieren. Ich muss jetzt nicht vorstellen, das hat über 8 Minuten Reparatur. Glaube ich auch nicht, weil so viel langsamer bin ich eigentlich nicht. Letzte Runde jetzt 8 Minuten Reparatur. Hm. Ich war vorher in 8 Minuten. Ich war vorher in 8 Minuten. Ich hab die Boxenfahrten einfach jetzt nicht nochmal geübt. Ich hab die Boxenfahrten jetzt nicht mal geübt. Nee, das stimmt schon. Ich hab die Boxenfahrten einfach geübt. Das war's für heute. 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 The gap ahead is now 2.5. Okay. 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 So, ehemals Platz 12 kommt jetzt über die Linie, Platz 14 auch. Noch 10. Okay, take it, it's clear, push. Roger, now 30 Celsius. The track temperature's rising, it's now 30 Celsius. Okay, let's go. Davor ist einer der hat für seine rechten Sätze Runde 16,5 Minuten gebraucht. Davor ist dieser Rasmus Lauge, der ist von 50 auf 7. Ja, P1 ist tatsächlich schon raus, die sind eine Runde hinterher. So, jetzt lese ich gerade eben kurz den Chat. Danke euch beiden erstmal, wir sind mit 5 Mann unterwegs. Ingo fährt jetzt, danach müsste Sven fahren, danach kommen die beiden Sägemeisters. Janik Jensen und Dominik Mies aus der SSR bekannt, glaube ich. Die sind jetzt aber gerade noch beim DTM-Auftakt, die müssten so gegen 8, vielleicht 9 Uhr kommen. Und ja, werden sich dann mit mir die Nacht teilen. Also ich fahre als nächstes auf jeden Fall, glaube ich, erst wieder um 4 Uhr nachts oder so. Und dann gegen Ende hin nochmal relativ viel, wenn wir so weit überhaupt kommen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bleib mal auf dir drauf und guck mir mal einen Topsuite an. Klingt besser auf mich, left. Ja, aber ganz Topspeed haben wir dann trotzdem nicht. Nee. Scheiße. Wir werden jetzt vielleicht noch 3 bis 4 km haben. B15. 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 B1. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Boah, ich gucke mir gerade an, wo ich den Freundschaden vorne links geholt habe. Das war ein Netcode. Ja, klasse. Netcode die Scheiße. Locker 20cm Platz. So, ich habe mich eben kurz wieder stumm gestellt. Ja, Thomas, wir sind eine komplette SSR-Mannschaft. Wir hatten sogar theoretisch noch einen mehr, auch aus der SSR, oder zumindest ehemals SSR, aber der hat sich vor 15, 16 Stunden dagegen entschieden mitzufahren. Deswegen sind wir nur noch zu fünft. Aber trotzdem, fünf Mann reicht eigentlich auch vollkommen für so ein Rennen. Ja, danke auf jeden Fall schon mal fürs Zugucken. Aber das Problem ist, nach einer Stunde kann man immer relativ wenig sagen, wo es uns am Ende hinspülen wird. Es können so viele komische Sachen passieren. Im Moment ist das Feld ja wenigstens noch halbwegs kompakt. Zumindest haben wir so ein paar Zweikämpfe, aber spätestens in zwei, drei Stunden wird sich das alles so gelichtet haben, dass man eigentlich nur noch Runden abspulen muss. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie wir mit dem Traffic klarkommen. Wenn Überrundete ankommen. Den Typen, den ich vorhin erwischt hatte, der war ja schon mal grenzwertig. Also ich hoffe, da stellen sich die anderen ein bisschen besser an, dass man die nicht wirklich überholen muss, sondern dass die einen wirklich ein bisschen einfacher machen. Wobei sie, ja, wir müssen einen ja eigentlich auch nicht wirklich vorbeilassen. Wir haben 24 Stunden. Aber, ja, wäre schon sicherer für alle. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch gucken, wie sich die Nacht auswirkt. Das ist hier bei iRacing, das werdet ihr dann später auch noch sehen. Alles ein bisschen ekliger als in echt. Man sieht fast nichts. Das einzige, was richtig schön ist, das sind dann in der Nacht knapp 18, 19 Grad Strecke. Also man hat Grip ohne Ende, das ist jetzt gerade ein bisschen eklig gewesen bei knapp 40 Grad. Aber trotzdem, gerade mit den Sichtverhältnissen ist es schon sehr, sehr eklig. Dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwie mehr oder weniger unbeschadet durchkommen. Ja, auch gucken, wie sich der Schaden jetzt hier weiter verhält. Wir haben zwar die 43 Sekunden Repairs genommen, aber scheinbar ist da doch ein bisschen mehr kaputt gegangen. Also es gibt auch immer Schäden bei iRacing, die lassen sich dann einfach nicht mehr reparieren. Dann ist halt einfach das Problem, dass uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr reparieren. 3, 4, 5 kmh fehlen. Das ist mal mindestens auf der Döttinger Höhe ein riesen Problem. Aber auch gerade Fuchsröhre und wie diese ganzen Hochgeschwindigkeitsstellen heißen. Das tut halt einfach, boah, tut halt einfach richtig weh. Aber wir gucken mal. Es kommt halt, das sieht man ja jetzt schon im Rennen, es kommt einfach darauf an, möglichst wenig Schaden mitzunehmen, möglichst sicher durch die Gegend zu fahren. Dann spült es einen automatisch nach vorne. Ich glaube, ich habe effektiv drei oder vier Autos überholt. Ich habe aber knapp 20 Plätze gegeben. Und ich denke, dass wir so weitergehen. Also, äh, wir werden hier Plätze geschenkt bekommen. Das ist Platz 5, ne Platz 11. Der lässt jetzt gerade alle durch, das ist natürlich auch interessant. Das ist tatsächlich bis auf den Grünen da vorne, glaube ich, ein Zweikampf. Oder? Mal weiter nach vorne. Ja. Ähm, okay. Na, der Grüne hat sich jetzt natürlich ein bisschen scheiße positioniert. Er hätte uns auch mal gerne durchlassen können. Mal gucken, was er jetzt macht. Okay. Hoffentlich sieht das dann auf der Stelle gerade ein. Boah. Naja, ich mache die Stimmschaltung mal wieder weg. Sieht ja sehr experimentell aus, was da gerade passiert. Das ist brillant. Keep it up. E9. Car right. Right side clear. Immer her. Äh, 826. Der Ferrari, der jetzt diese Gruppe anführt, äh, ist eine 825.5 gefahren. Der vor dir, 825.5. Der ist ein paar Tausendungen schneller gewesen. Und der, der euch gerade auf der Dörtinger Höhe alle durchgelassen, dann ist ein 825 gefahren. Boah. Nice one, Marco. Great one, keep it up. Also die beiden, die wurden auch gerade extrem aufgehalten, das Ziel. Simms is now in the lead. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der fühlt sich schneller als der Ferrari. Vielleicht passiert da jetzt hier gleich bei den beiden nach vorne was witziges und wir können da noch irgendwie durchschlüpfen. So, ich könnte mir vorstellen, der BMW guckt sich halt nicht bis zur Nordschleife an den Versuch verliert. Hm, könnte ich mir auch vorstellen. Verteidigte ehrlich? Nee, ne. Okay. Ich meine, schöner Move, aber so was würde ich in nem 40 Minuten rein machen, nicht in nem 24 Stunden rein. Okay. Okay. Oh, ja. Okay. Okay. Ich bin ebenける. Ja. Okay. Bye. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh no, Marco, track limits, come on. I'm pulling away from the guy behind, the gap's now 2.1. I'm pulling away from the guy behind. 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 I'm falling away from the guy behind. I'm pulling away from the guy behind. Bayern 2-1 gegen Hannover Wolfsburg 2-0 Nürnberg Hertha sehr schön 3-1 gegen Stuttgart und Hoffenheim in Gladbach 2-1 8-21 da in der letzten Runde dahinter die 8-24 aber halt mit dem Ausritt dahinter 8-23 ach so das überrundete dahinter kommt erstmal lange nichts naja vor dir die sind schneller naja dann habe ich schon gemerkt im letzten Umlauf 1-4 1,1 Sekunden Abstand mein Minimalstiel habe ich ja jetzt schon nicht erreicht ohne Einschlag ja aber das ist kein Wilder also das sind auch wieder 30 Sekunden oder so das ist alles im Rahmen ja dann sind wir aber auch schon bei über eine Minute ja das stimmt ja durch so ein Scheiß verloren haben ja und wir sind noch nicht mal in der Nacht ja da wird es wahrscheinlich echt zu Ende gehen ja es stört mich echt ein bisschen dass halt unser Schaden jetzt quasi dauerhaft ist weil so krass waren die Einschläge nicht aber hier weiß ich nicht du fährst 266 Richtung Schwedenkreuz also das ist auch nicht viel das ist okay hat der Ferrari einen Schaden hinter mir ähm müsste also er hat auf jeden Fall einen Einschlag gehabt ich schaue es mir an von hinten sieht doch okay aus ja linke Seite ein bisschen Spaltmaß da wo er eingeschlagen ist so bin wieder da grüß dich was ist denn mit der Motorhaube von links passiert ja ein Einschlag ah 13 sieht doch gut aus ja wir sind auch gerade eigentlich sagen wir mal genau da wo wir hingehören weil die vor uns sind alle schneller und die hinter uns sind alle langsamer was fahren denn vor uns also in der Spitze sind wir unter teilweise richtig langsamer unterwegs die sind mit 8,20 wobei das aber auch nicht so richtig zu werten ist weil die ersten vier waren im letzten Umlauf eine Sekunde getrennt mhm so also Platz 1 sitzt zum Beispiel einer der ist in 8,17 gefahren das ist nichts wildes Platz 2 ist eine 8,21 aber Platz 3 eine 8,12 da könnte noch was nach vorne gehen vielleicht ja dann 8,20 8,27 8,14 8,18 8,12 8,13 8,16 8,18 und wir halt mit Einschlag 8,21 und wir halt mit Einschlag 8,21 uns fehlt auch dauerhaft ein bisschen Geschwindigkeit also gerade schon auch vor Ingos Einschlag fehlten uns so 3,4 kmh jetzt sind es so wieder 6,7 auf der Döttinger Höhe dann lassen wir gleich wieder reparieren ne ja ja aber ich meine du kannst nicht den kompletten Schaden mit den Repairs weg machen also da ist dauerhafter dabei ja Ingo du fährst ja nach Non-Stind ne? mhm Ich muss dich dann aber auch gleich alleine lassen, Ingo, ich bin in 10 Minuten oder so weg. Ich bin ja da. Ja, ich glaube, der muss ja gleich sein. Ja, der muss ja gleich sein. Genau. Ach ja. Lange alles eingestellt ist dann, ich bin in der Box nicht. Ach so, ja, das kann ich ja jetzt schon mal machen. Ich bin auch gar nicht reingejoint, ich bin noch ein Dings am zugucken. Und bist du wieder da, Marco? Das Spiel ist um 7. Von daher müsste es so gegen halb 9 vorbei sein. Ich sag mal, halb 10. Also wenn ich gerade fertig bin, quasi. Ja, ich muss dann halt noch was essen. Aber so in etwa. Aber ich bin ja ähnlich. Die Gaps now, 1.9 Sekunden. Na gut. Ja, bis gleich. Jo, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ja, ich gucke auch nochmal hier. Letzten, am letzten Boxenstopp, der schlechteste Reifen 61%. Also, Reifen beibehalten, lohnt sich nicht. Josip Drimmitsch, 2 zu 2. 2 zu 2? Ja. Franck Réverie, 3 zu 1. Launeide Rimmitsch, wie kann das denn sein? Wollt ihr auch nicht. Für den eingesetzt hat. Ist der Hacking noch Trainer? Der hat doch gesagt, die wollen den, der hasst den. Oder irgendwie so was war der da. Ja, irgendwie kam er doch so vor, als ob der ihn hat. Ach nee, genau. Der Eberl hat doch gesagt. Wir haben keinen gefunden, der den in der Winterpause wollte. Ja, ich gucke mich. Ja, ich gucke mich. Ja, ich gucke mich. Ja, ich gucke mich. Wow, johin, johin, heppel, heppel. Heppel, 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 heppel. oh der ferrari ist knappe 5 kmh schneller bei mir hast du noch 60,1 liter also dürfte es nicht ja dann reicht es nicht für acht runden aus der letzte runde 60.000 so schneller ist der hinter dir der dahinter ist allerdings flott das könnte jetzt vielleicht noch eine anderthalb runden dauern dann ist er bei euch da hat die 13 sekunden vorher schon vor ja der ist eine 8.15 jetzt gefahren ich 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 2.45, das ist wenig. 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 3.45, das ist wenig. 3.45, das ist wenig. 3.45, das ist wenig. 1.45, das ist wenig. 2.45, das ist fast. 2.45, das ist wenig. 2.45, das ist wenig. Vielen Dank. So, der vor dir, letzte Runde, 8.17.3. Ich hab meine Backdoor-Zeiten geantwortet, in der ersten Zeitestand. 19. 19.4, und der hinter dir, 18.5. 19.5. Wenn die Schläufer auch nicht krumm gefahren hätten, ne? so ich werde mich jetzt aber verabschieden ich bin ja in fünf stunden wieder viel erfolg ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 2.4 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, Marku, stay close, wait for him to make a mistake. Yellow flag, watch out. The gap ahead is now 1.2. Und wie sieht's aus? Oh, hab grad einen Platz abgeben, weil der viel schneller war als ich. Schlimm. Haben wir einen Einschlag gehabt? Außer dem vorhin, ne. Ich mach dem jetzt noch was zu essen, dann bring ich den ins Bett, dann bin ich auch da. Ja, ich fahr jetzt gleich in die Box, weil Sprit nicht mehr reicht. Ja. Alles klar. Gut, dann bis gleich. Jo. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. We've just been given a stop-go penalty. 50 metres. You still haven't served this penalty? Oh, fuck. We've got two laps to come in for this penalty. We've got two laps to come in for this penalty. Thank you. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hast du die 15 Sekunden jetzt schon abgesessen? Ja. Okay. Ich habe aber die Reparatur nicht machen lassen jetzt. Warum? Können wir auch gleich machen. Okay. Wenn er so weiter gut fährt. 9,5 Sekunden war das, ne? Mhm. Okay. Es ist gleich bei mich. Ja. Okay. Also. Okay. 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 Vielen Dank. 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 It's... ... 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 ...... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, Marco, track limits, come on. Oh, my God. The gap behind has now decreased to 17 seconds. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Track limits, come on. Oh, my God. 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 Man in front is pitting. The guy behind is catching, the gap is now 13 seconds. Watch your speed, engage limiter, 100 metres, 50 metres. The car behind is pitting. Stand like and信 is suppose to be on a plane 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 plane. This will harder to stealth... The gas is over an hour usuallyh past three seconds, but it is still here. Vielen Dank. 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 Sondor is leading the race. Watch your mirrors. Thank you. 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 6. Okay. Thank you. 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 Yeah. Thank you. 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 The car in front of us. This is now. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. 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 Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. 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 Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. 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 Thank you. Yeah. 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 Yeah.